ja hallo freunde in den folgenden video geht es darum wie wir die ram speichermodule unseren pc oder laptop testen können wenn wir den verdacht haben dass damit irgendwas nicht stimmt das vielleicht nicht mehr richtig arbeitet anzeichen dafür können zum beispiel sein wenn der rechner ständig oder regelmäßig einfriert oder abstürzt oder immer wieder neu startet einfach bzw wenn wir eine anwendung oder ein spiel starten der ein bisschen mehr ressourcen braucht und der rechner dabei immer wieder einfriert ja der eine oder andere hat vielleicht schon die festplatte formatiert und windows komplett neu installiert und hat aber nach wie vor das gleiche problem leider ja dann liegt da der verdacht sehr nahe sowieso dass da hardware seit ich vielleicht etwas nicht stimmt deswegen werden wir jetzt unsere ram speichermodule testen alles was wir dafür brauchen ist ein usb stick und ein kleines programm hier das können wir einfach aus dem internet kostenlos herunterladen mem test 86 hier das ist hier die offizielle webseite hier ja wenn wir jetzt hier einfach ganz nach unten scrollen scrollen und irgendwo haben wir ich glaube die neueste version genau das ist hier die 5.01 wir brauchen das jetzt für wir gucken mal genau usb key hier auto installer ja einfach draufklicken und herunterladen ich speichere das mal einfach auf dem desktop hier ja das können wir jetzt schließen ja dann sieht dann so aus ist eine kleine zip datei eine archiver das packen wir hier irgendwie aus erstmal ok ich habe das jetzt hier schon gehabt ja hier ist unsere ordner hier ist eine kleine installer hier spätestens jetzt sollten wir unsere sollte unsere usb stick angeschlossen sein am pc wir starten jetzt hier einfach den installer ganz wichtig ist der usb stick der wird formatiert ja das bedeutet alle daten die darauf sind werden gelöscht ja wenn ihr da irgendwas noch dran warten drauf habt ihr noch braucht behalten wollen dann ganz wichtig irgendwo anders an einem anderen ort erst mal speichern sichern ja sonst ist alles weg wenn da und genau warum wir das jetzt bei diesem weg machen windows hat auch eigentlich auch ein eine funktion um die rahmspeicher zu testen wenn wir das aber darüber machen während das betriebssystem läuft ja sozusagen dann kann das sein dass da ja teile oder ja von rahmen von dem rahmspeicher die gerade in nutzung sind sozusagen ja oder vom system wie reserviert sind die werden dann übersprungen und nicht überprüft und das kann sein dass da windows dann am ende sagt dass er da keine probleme gefunden hat obwohl wir eigentlich vielleicht eins haben ja deswegen erstellen wir uns jetzt hier ein usb stick und werden dann den rechner neu starten um vom usb stick zu booten wenn mein installer hier jetzt startet und wie ist jetzt mein rechner auch ja da hat das hier irgendwie ich noch mal ganz kurz genau ja das brauchen wir hier die adminrechte ich schließe das mal das sieht ja so aus wir müssen jetzt einmal hier ja einverstanden sein hier werden wir unser usb stick ja wenn ihr vielleicht mehrere usb sticks angeschlossen habt ganz wichtig ja nochmal richtig überprüfen dass das richtige laufwerk ausgewählt wird hier steht nochmal genau die daten werden alle gelöscht ja wir klicken das mal hier genau das ist jetzt hier j in meinem fall ich wähle das jetzt hier aus und klicke hier auf create zack jetzt wird der stick formatiert und bootfähig gemacht und die daten werden jetzt ja rüber kopiert jetzt ist es schon durch hier wir klicken einfach auf next und finish das war es schon mit dem usb stick wir können hier nochmal ganz kurz nachschauen zum beispiel einfach mal genau das ist der hier ihr seht das ist ein ja ein klitzeklein programm kaum nimmt kaum platz weg genau jetzt haben wir unseren usb stick gestellt was wir jetzt machen müssen ist den rechner einmal neu starten unseren rechner und ihm dazu bringen vom usb stick zu starten zu booten ja ich mache das jetzt mal hier rüber einfach mal hier war habt ihr wieder herstellung und ich starte jetzt mal hier mit dem ich mach mal jetzt hier ein neustart erweiterte start wenn ich jetzt neu starte genau ich starte jetzt einfach neu um dann weil wichtig ist hier zu beachten dass wenn ihr uefi habt dann muss der dieses ja secure modus dieses secure boot das muss deaktiviert werden das muss deaktiviert werden damit das funktioniert hier und dass wir von den usb stick booten können ich starte jetzt einfach mal neu so ich starte den rechner jetzt einmal neu um über den erweiterten start habe ich einmal hier gewählt damit ich jetzt hier irgendwo genau über die erweiterten optionen hier und einmal hier ins uefi reingehe ja wenn wir uefi haben dann müssen wir wie gesagt diese 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 secure boot deaktiviert werden damit wir dann eben vom stick starten können ich filme jetzt einfach hier den bildschirm ich hoffe das wird einigermaßen genau wir können jetzt hier beziehungsweise ich mach mal jetzt hier einfach other os ok und dann haben wir hier noch secure boot ok das ist jetzt denke ich schon genau ausgeschaltet weil wir jetzt hier beim operating system windows 7 oder andere betriebssystem hier ausgewählt haben jetzt kann ich mir aber auch direkt hier den usb stick auswählen zack damit es direkt dann vom usb stick bootet jetzt gehe ich einmal hier auf exit save changes and exit jetzt und jetzt wenn ich alles richtig gemacht habe dann sollte es vom usb stick starten genau das hat jetzt funktioniert der test ist schon gestartet direkt ja ich habe jetzt nichts gedrückt irgendwie hier kann man sehen genau also wenn wir jetzt auf die c-taste drücken dann haben wir hier nochmal ein paar optionen core selection genau das lassen wir das brauchen wir jetzt nichts machen hier in unserem fall ich drücke mal auf 0 und gehe hier raus genau hier sehen wir einmal dass der test hier schon gestartet ist das wird ein bisschen dauern und zwar wir sehen hier oben zum beispiel pass das ist jetzt bei 4 prozent das ist jetzt schon bei der test number nummer 5 ja sehen wir hier es werden jetzt einfach mehrere tests durchgeführt mehrere adressen ja werden getestet ganz wichtig ist dass wir hier wenn wir wirklich ja ganz sicher gehen wollen dann müssen wir vielleicht so um die 15 durchläufe mindestens 15 bis 20 durchläufe vielleicht laufen lassen ja das sehen wir hier oben haben wir einmal wie gesagt das ist der erste schritt hier das sehen wir hier bis bei 10 prozent jetzt gerade zum beispiel hier unten sehen wir pass 0 das ist noch ja der erste läuft der test ist jetzt test 6 ist bei 50 prozent und genau das wird jetzt aber wenn wir jetzt zum beispiel mindestens 15 15 durchgänge hier laufen lassen das dauert bestimmt ein paar gute stunden ja das am besten wenn wir den rechner nicht braucht für ein paar stunden oder vielleicht über nacht laufen lassen ja der rechner ist dann so lange blockiert dauert vielleicht vier fünf stunden nachdem wenn wir jetzt wie gesagt hier 15 durchläufe lassen was wir machen sollten und ganz sicher zu gehen ja hier haben wir noch mal die cpu temperatur das ist in ordnung und ja das war es eigentlich auch schon alles wir sehen jetzt hier errors haben wir noch keine hoffentlich bleibt das jetzt so wenn wir irgendwelche errors wenn etwas nicht in ordnung ist dann wird hier angezeigt bei errors und hier unten wird alles rot glaube ich hier werden ja irgendwelche rote also fehlermeldungen mit rot wenn das der fall ist dann gibt es da leider nur eine lösung und zwar brauchen wir eine neue ram speicher modul da brauchen wir müssen wir uns einen neuen kaufen ja ich unterbreche jetzt den test hier mit escape das können wir jederzeit unterbrechen das ist kein problem da passiert nichts zack und ja der rechner startet jetzt nochmal neu aber wer startet jetzt ich muss jetzt ok wichtig ist nachdem wir das durch haben dass wir das hier wieder umstellen denn sonst können wir dann unsere betriebssystem nicht mehr starten ok das war es wie gesagt alles wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach einen kommentar hinterlassen über einen like oder abo wenn es euch gefallen hat würde ich mich natürlich auch freuen und ja ich hoffe dass es euch weiter geholfen hat danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal